Moin, hier ist Milan, Harley-Lewitz in Hamburg-Nord. Ich habe euch mal wieder was ganz besonderes mitgebracht, in dem Falle eine wunderschöne Soft-Hill, Springer, allerdings in dieser Kombination vermutlich einmalig, 120 Air-Mode und Touring-Koffer. In Verbindung mit dem elektrisch feststellbaren Jackal & Hyde-Auspuff. Ein paar Kleinigkeiten sind auch noch verbaut worden, flache Tankdecke, Rix-Räder nicht zu vergessen, Chromarmaturen, Chromhebel, Chromgriffe, Chromspiegel, flacher Lenker und noch ein bisschen Spielkram vorne und hinten. Alles was das Herz begehrt. Fahrzeug hat rund 33.000 Kilometer gelaufen, der Motor allerdings ist fast neu, 50 Kilometer auf dem Tacho ist ein bisschen Abstimmungsfahrt gemacht worden, sonst einwandfrei, läuft, fährt, bremst, alles super. Preis für das Fahrzeug wird der Special-Preis, in dem Falle liegen wir bei 17,5. Ist ein guter Preis für das Motorrad. Kann man machen, muss man unbedingt zuschlagen, weil eine Springer wird es so oder so nicht mehr geben, in Kombination mit dem 120 Air-Modor schon gar nicht. Also kaufen. Bis später. Tschüss.